Yo Yo Terror Leute wir sinds wieder die Kindergarten Bros und Willkommen zu einem neuen Video Ich wünsche euch einen guten Morgen oder guten Mittag oder auch guten Abend Kontrafern waren wie ihr das Video seht Aber heute zeige ich euch den Shop Der ist auch wieder drinnen Der wurde angefügt Steht da auch, sie ist nix Backbrink Ich würde sagen der Backbrink ist viel zu groß Er ist nicht viel zu groß Aber er ist zu groß Spitzhacke Zack Ist geile Spitzhacke Find ich So Jetzt gehen wir zu dem Tanz So So Oh nein Fingerreden Der ist geil der Hängekleider Der ist nämlich auch klein Der schaut da Ziemlich groß aus Aber eigentlich ist der klein Also nicht so klein Aber ja Es gibt größere Sagen wir so So schaut der aus Den würde ich mir sogar selber holen Weil er ziemlich witzig ist Die Spitzhacke Ähm Der Sound zu Das ist der Sound Das ist der Sound Dann die Renn Renn Fever Gibt es einen neuen Style Ehe schon länger draußen Früher hat sie hier nur mit Helm gegeben Jetzt gibt es hier sogar ohne Helm Der Backpunkt dazu Der Backpunkt finde ich ziemlich geil Weil er ein Schwert oben hat Und Mit Schwerte kannst du ja eigentlich Sager kombinieren Das ist der Skin Das ist der Backpunkt dazu Ja Finde ich jetzt nicht So nice Der Skin Ist auch alles Geschmackssache Ich würde mir den Skin nicht kaufen Genau Warum aber Mir gefällt er einfach nicht So Die dunkle Dinosaurier Frau da Ähm Gibt es auch in verschiedenen Style Ja In verschiedenen Style Aber der ist geil ja Bam Zack Das ist der Backpunkt dazu Ist schon ziemlich geil Und jetzt kommen wir schon zu den letzten Skins Ich würde mir den auch nicht kaufen Weil er mir auch nicht gefällt Das schaut ziemlich komisch aus Also komisch Er gefällt mir einfach nicht Und äh Der 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 Backpunkt Das gefällt mir auch nicht Weil es dann irgendwie stört Meistens beim Hüpfen Wie ihr seht Da wenn ich mich Umdrehe Geht der Fangang 2 mit Ist so ziemlich cool Dass der Fangang mit geht Aber ich Glaube es Facken einfach Ja Die Frau auch noch dazu Boom Die Fangang auch Oder Weiß das schon immer ist Zack Zack Das ist die Schwitzacke dazu Die Schwitzacke Hat auch im dunklen Style Also schaut ziemlich nice aus Ja Zack Und dann noch die Spitzacke Die ist ziemlich geil Da hat auch ein cooles Geräusch Hat auch ein cooles Geräusch Ja Okay Ich würde sagen Das war's mit dem Video Also rein Ciao Ciao Und bis zum heutigen Nächsten Video Peace out Leute